Oh, was ist der Rede? Oh, gerne Technik. Ist eine Krankenschwesteruhr vielleicht eine digitale Uhr? Weil die normale Uhr hat ja nur 12 Stunden, die sie anzeigen kann, während die digitale ja von 0 bis 24 alle Stunden anzeigen kann. Und da die Krankenschwestern furchtbar viel arbeiten müssen und viel zu wenig Geld dafür bekommen, ist vielleicht eine digitale Uhr eine Krankenschwesteruhr. Das hat ihr nicht verstanden. Das macht nichts. Ich hoffe, alle Krankenschwestern in der Nation haben nicht verstanden. Aber da kann man auch eine normale Uhr nehmen. Man muss ja nur dann auch weiter kurz noch billig hoch. Haben Sie denn nicht verstanden, was ich damit sagen will? Nein. Die digitale Uhr kann 24 Stunden anzeigen, während die normale Uhr nur 12 anzeigen kann. Aber so haben wir es auch hier im Land. Ja, genau. Es war noch ein genialerischer Gedanke von mir. Deriviert zum Blut. Nein, das kann ich mir auch. Ja. Ja. Lassen Sie mich nicht von der Gäste davon abwarten zu klatschen. Hier ist ein bisschen eine Kur, die sozusagen aufzeigen, wie lange man ins Dienst wird, also wie so eine Art Stechd ... Das ist so ein Zusagen, da braucht es uns. Und in dem Moment kommt es in den Wurzeln, wo der Weißkirchen hat, wenn man sich in der Aufschluss macht, wenn man sich in der Aufschluss macht, wenn man sich in der Aufschluss macht. Vielleicht ist das eine Ohre mit einem Häufchen. Ich finde ja den Ansatz gar nicht schlecht, weil die haben ja tatsächlich sehr komplizierte Schichtsysteme und Arbeiten, die sich zu Zeiten wo andere Leute nicht arbeiten. Das ist das System. Und das ist das System, was den anzeigt, wann sie jetzt irgendwann überflucht oder anfangen, überflucht zu haben oder sowas. Dann muss man das, was den anzeigt, die sich in der Aufschluss einnimmt. 1.18 Uhr 2.18 Uhr 3.18 Uhr 4.18 Uhr 2.18 Uhr 4.18 Uhr 4.18 Uhr 4.18 Uhr 5.19 Uhr 5.20 Uhr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017